Es ist die Auswahl feinster Arabica-Bohnen von Chibo, die diesem Kaffee seine unvergleichlich samtige Crema verleiht. Chibo Kaffee Crema, der erste Kaffee Crema in Chibo Qualität. Wenn ganze Bohnen, dann von Chibo. Und das größte für Genießer, Chibo Kaffee Crema 1000 Gramm. Neuer Wassersport-Trend, wie sich Abenteuerlustige beim Tubing mit über 300 PS über das Wasser ziehen lassen. Und witzige Tanzchoreografien, warum amerikanischen Hochzeitspaaren der Walzer einfach zu langweilig ist. Das und mehr um 20 Uhr in den RTL 2 News. Hallo, von meiner Frau gehört? Vermischt? Er lief sein Leben lang davon, bis die Vergangenheit ihn einholte. Denkst du nicht, es wird Zeit, dass du mir sagst, was Sache ist? Und nur die Wahrheit kann ihn retten. Ich hab für die CIA gearbeitet. Er wird den Schuss nicht einmal hören. Ich muss alles riskieren. Ich will nicht bis an mein Lebensende Zielscheibe sein. Target. Zielscheibe. Heute um 22.40 Uhr bei RTL 2. Ich habe Pompeius durch ganz Griechenland gejagt. Während er der Auseinandersetzung ausweicht, hat er zehn gute Legionen um sich versammelt. Ich bin ihm auf einmal besorgniserregend unterlegen. Ich handle damit nur zum Wohl der Republik. Den Geistern meiner Ahnen fluche ich. Cäsar. Ich bin Soldat und kein Friedenswächter. Du wirst meine Befehle befolgen. Du könntest der erste Mann in Rom sein. Was sage ich Pompeius? Jetzt diene ich einem Tyrann. Rom. Morgen um 20.15 Uhr bei RTL. Haben keine Kosten und Mühen gescheut, um ihn nach Deutschland zu holen. Hi, I'm Tim Allen. You're watching Home Improvement only on RL 2. Damn it! It was good up to that point. Dann haben wir ihm zwei Tage Deutsch beigebracht. And now we try in German. Das hat uns verdammt viel Nerven gekostet. Answer the damn phone. Whose phone is that? Schließlich haben wir ihm einen Satz aufgeschrieben. Das ist der Hammer. Nur bei RTL 2. That's true. Die wichtigste Aussage in diesem Fernsehspot sollte aber eigentlich sein. Hi, I'm Tim Allen. You're watching Home Improvement only on RTL 2. Was auf die heißt, wie hör mal wer da hämmert. Montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL 2. You don't like this part? Die Mythbusters. Täglich mit brandneuen Folgen. Und jetzt lass uns doch mal testen, was an diesem Mythos dran ist. Kann eine explodierende Pressluftflasche eine Betonmauer durchschlagen? Wie stark ist die Reaktion von Mentos und Cola wirklich? Und kann eine Briefmarke am Rotorblatt einen Hubschrauber zum Absturz bringen? Wenn wir hier mit falsch liegen, haben wir wirklich nichts zu lachen. Mythbusters. Die Wissensjäger. Die brandneuen Folgen. Montags bis freitags um 19 Uhr. See you at RTL 2. Ich frage mich manchmal, gibt es nicht noch irgendwas anders? Der August bei RTL 2. Zeit, die Liebe zu leben. Und das Leben zu lieben. Ich hab mich gerade verkleinert. Ist ja was ganz Neues. Ich liebe dich. Die pure Lust am Leben. Im August bei RTL 2.